Warum sind Sie eine Legende? Das frage ich mich auch. Haben Sie noch eine andere Leidenschaft außer Fußball? Ich höre sehr gern Musik, gehe gerne auf Konzerte und das macht mir nebenbei noch sehr viel Spaß. Was für Musik hören Sie denn? Heavy Metal, Hard Rock, Heavy Metal, das ist so meine Welt. Wie viele Minuten können Sie noch an einem Stück spielen? Ich hoffe, dass ich noch eine Halbzeit zusammen bekomme. Sie haben ja gesagt, Sie hören gerne Hard Rock. Wie fanden Sie Rock am Ring 2008 mit den Toten Hosen? Das ist natürlich eine überragende Band. Ich habe das große Vergnügen, sie ganz gut zu kennen. Speziell Campino kenne ich ganz gut. Das ist eine tolle Band mit tollen Liedern und immer wieder ein Highlight auf Konzert zu gehen bei Ihnen. Wie war Ihre Zeit bei Liverpool mit Stephen Girard und den ganzen anderen Liverpool-Stars? Ja, es war eigentlich meine tollste Zeit als Spieler. Enfield Road ist einfach das Stadion schlechthin. Die Fans sind für mich die Besten auf der Welt. Unheimlich treu. Der Verein ist sensationell. Es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, dort zu spielen. War eine große Ehre für mich. Danke schön.